ARD Text im Auftrag von Funk 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 Kommste? Ich hab Speed jetzt. Achso. Ich bin E4 schneller als du. Und babb dann in die Bählinge. Das ist Bronco, oder? Das ist noch okay. Wir brauchen mehr, oh mein Gott. Tja. Ist das schon ein GG? Ich weiß es nicht. Das war gar nicht meine Länge, sah aus wie meine Länge. Ja, die Farben. Hat schon Observer dabei. Ja, jetzt haben sie auch schon sterbliche. Hoch. Hier und sterblich hoch. Schlecht. Wieso? Hast du noch genug? Ich hab nichts mehr. Wenn man neu sammelt. Oohh. Nein! Kleine Brunnenrunde rein oder so. Hier steht der oberen, ne? Was? So, ein paar Brunnen gebaut. Dritte haben sie auch noch nicht. Aber da haben sie alle verloren. Naja, richtig. Und auch für uns keine Unsichtbaren kommen. Müsste ich nur hochdecken. Ich war schon im Observer. Hier haben eine Echse. Oh, hier ist noch ein Overlords. Noch mal ne Drohnenrunde. Noch mal ne Drohnenrunde. Guck mal ein bisschen rum. Echt genügend. Ich musste auch was anderes brauchen. Du bist nicht genügend. Sonst brauch ich Kolosse? äh nicht kolosser, aber ein paar wiestes, immodels stalker, komm jetzt anscheinend, will sie nicht ja nicht doch wo ist denn hier los? oh jetzt finden wir aber... zu blei, wie wären wir? blei immer zu richtigen zeiten zum bleiblock kommen sie was wirklich? weiss ich nicht also main kommt nix raus könnt ihr mal reinkommen ich hab auch noch ne dritte rein crawler ohne ende ja der hat irgendwo ne exe, siehst ihr das? ne nimmt jetzt ne exe unsere verbündeten befinden sich im kampf und jetzt kommen wir jetzt noch mal los, mam kann ich noch ne exe nehmen wir brauchen mehr Mineralien brauchst du? ich bin bei dir mental das ist von den Zwergways-Blattmann dieses ja diese engstelle, oder? die ist echt brutal warte mal kurz, ob wir den kolossen noch wir brauchen mehr Overlords das ist viel mehr Pilonen, jetzt kommen los Mutation wir brauchen vielleicht warten wir auf den Kolossen wie haben wir ja die Golden Exe genommen? das Zerg perfekt komm eh nicht hoch jaja, ja wir wollen wir nicht hoch, wollen sie die Gold Exe vom Zerg Wir brauchen mehr Overlord! Okay, wir wollen das jetzt gerade mal nehmen. Ich guck mal weiter hinter. Wir brauchen mehr Overlord! Ich habe es gebaut, was ich... bauen wollte! Ich wollte um die dritte nehmen. Wir brauchen mehr Overlord! Wir brauchen mehr Overlord! Wir brauchen mehr Overlord! Die Gold vom... Kingsabräuer! Ja, genau. Über die Rocks wird er da gehen, ne? Ne? Na, über die Rocks auf! Ja! Oh, Mineralienmangel? Oh Gott, alles mit Mangel. Darum hau ich mal ne Drohnenrunde über da rein. Oh, der meint da schon schön. Der Taraner, äh, der Bodos. Na dann. Wenn wir da durchkommen. Wenn wir da durchkommen. Der steht da bestimmt, oder? Nö, der steht da. Du musst an die Pfeifen unten bei dir. So. Unsere Verbündeten befinden sich im Kahn. Ich hör mal richtig Scheiße. Ne, tun wir nicht. Jetzt drauf. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Kriegst du noch was nach? Ja, ich bin dabei. Wir brauchen mehr Mineralien. Oh, so Oberlox. Das sind halt Lame-Truppen, die jetzt kommen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich hab halt keine Mineralien, ne? Ich bin sowas von Plank eigentlich. Mineralien-Fans. Oh, ne, ne Gas. Nimm doch noch ne Exe. Oh, ne Mineralien. Das habe ich auch nicht. Wir brauchen weniger Mineralien. Wir brauchen weniger Mineralien. mal schnell zu gold ich habe was gemacht haben guck mal schon zu dritten hier sieht er was gemacht haben ich bin doch gerade fitter hat er jetzt gar nicht aufgestellt ich bin schon die nächste jetzt kommen wir drauf ich habe halt nicht so viel leicht los und machen es wie unsterblicher weil kann er sich nicht abschotten ich bin schon die wiense reicherns ja tschi tschi woher kommt denn noch was wo denn kam was wir brauchen mehr und ein paar euro hier geht's weg Was machen wir sonst? Äh, ich schaffe hier. Können wir noch unten in die Ecke wegschießen von hier oben? Ja. Wo geht's bei oben? Wir brauchen mehr Mineralien. Ich mach hier mal den Eingang ein bisschen weiter. So. Noch mehr geht's. Warum geht's denn hier raus? Haben wir verloren. Ja du machst ein Türmchen da unten. Finde ich da sehr sicher. Finde ich da sehr sicher. Oh. Mutas. Ich hab Hydra's. Unsere Streitkräfte und Mineralien befinden sich im GAS Schöpft. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. GIEGi. Ja gegen die geht's nicht. Die können öfters kommen. Die sind einfach die 2. Die drei haben uns hier nach oben in dem MMR. Zwei haben wir 4.052. Was? 4.052? 4.052. Der Hälfte von Dia 1 ist schon fast wieder voll. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich würde sagen, sehen wir uns in der Endcard und bis demnächst. Bis zur nächsten Folge. Tschau, tschau.